Ohne erkennbare Regung nimmt Germain Katanga das Urteil zur Kenntnis. Mitschuldig ist der ehemalige Milizenführer an der Ermordung von rund 200 Menschen in Kongos blutigem Bürgerkrieg, urteilt das Gericht. 1999 brachen in der kongolesischen Provinz Ituri kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Volksgruppen der HEMA auf der einen und der Lendo und N'Giti auf der anderen Seite aus. Mindestens 60.000 Menschen kostete der Bürgerkrieg das Leben, Hunderttausende Flüchteten wurden zu Vertriebenen. Unter den Kämpfern auch viele Kinder. Im Jahr 2003 griffen Lendo und N'Giti Milizen das Dorf Bogoro an. Dort vermuteten sie Kämpfer der HEMA. Mit Maschinengewehren, Raketenwerfern und Macheten töteten sie rund 200 Dorfbewohner. Nahezu alle Frauen und Mädchen des Dorfes wurden vergewaltigt, viele entführt und von den Milizen als Sexsklavinnen gehalten. Auch hier waren Kinder unter den Angreifern. All diese Verbrechen wurden Katanga in dem vier Jahre währenden Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zur Last gelegt. An Mord und Plünderungen sei er der Beihilfe schuldig, urteilte jetzt das Gericht. Er habe den Milizen Waffen beschafft. Ohne diese wären die Gräueltaten in diesem Ausmaß und mit dieser Effektivität nicht möglich gewesen, so die Richter. Von den Vorwürfen sexueller Sklaverei, Vergewaltigung und dem Einsatz von Kindersoldaten sprach die Kammer ihn jedoch frei. Wie lange Katanga für seine Verbrechen ins Gefängnis muss, soll bei einer späteren Sitzung verkündet werden. Das Urteil war erst das dritte in der mehr als zehnjährigen Geschichte des Gerichts. Zum ersten Mal ging es in einem Prozess auch um sexuelle Straftaten.